Musik Harsingläuber muss man noch zur Strecke bringen ein paar Tod bevor er weiß was passiert Na komm her Wuhu Wuhu Kleine Splitter eines Helms Brückenabratumaterial Oh Die können wir doch mitnehmen auf Drache Warum sammeln sie sich ein? Ähm Ein Passinggräuber müssen wir noch erledigen Wuhu Wuhu Oh daneben Super Das war der entscheidende Move gerade So dann gehen wir mal Zurück ins Lager Wir haben drei Quests erfüllt Super Alter Drei Quests erfüllt Ja holla die Wallenfee Was sind wir nur für eine Geile Schnecke Dude Alter Ich krieg's doch zu 10 eh wieder nicht hin Lass mal die Dame machen hier Ich schnell's euch gleich mit weg Ohne euch wäre ich verloren gewesen Die Edelsteinheitskette in den Schlüssel Zu unserer Familien Schatz Und wurde von Generation zu Generation vererbt Darum habe ich solch eine hohe Belohnung darauf ausgesetzt Welches Glück das ihr sie gefunden habt Ja wow 600 Gold Du bist ne du hast echt Die größte Belohnung der Welt darauf ausgesetzt Wer weiß wo ich ohne dich jetzt gelandet wäre Du gehörst jetzt schon 200 fürs nächste Pfff zart Ähm graue items habe ich nix herstellungsmaterialien Habe ich Könnte ich wieder weg Tu ein bisschen was Ähm was ist das ein Wickelpapier Ok Ähm Den Bogen würde ich gern behalten Diese Hose kann weg Diese Hose kann weg Abenteurerbeinschützer her Und machen wir mal hier F Und was gibst du mir überhaupt Orangosalat Alter Schon wieder kein Platz Ähm Rechts sich offen Ok machen wir mal ganz kurz Die hat viel Mutsteine weg Klack Geht das nochmal? Achso ok Dann geht das sicher auch noch mit dem Tada Äh das hier ist für ein Hand und zwei Hand Waffen Dann können wir noch sicher Weil wir haben noch eine neue Waffe Können wir noch sicher hier drauf machen oder? Klack Ja Jaaaaa Scheiße Ähm Dann machen wir das nochmal auf den Äh Halsketten geht auch noch Halsketten Ähm Halsketten Okay Das ging Und O-Ring geht auch bestimmt auch Super Ähm Handschuhe und Halsketten blauer Seltenheit Ähm Das ist bestimmt nicht das richtige genau Aber das blaues Habe ich aber nicht Habe ich noch so komisch intakte Skulptur Die findet man manchmal Ähm Aber dann zu Ja wir haben wieder eine neue Schriftrolle Runterfamilientisch Kann man sogar lernen Na super Hier habe ich noch 5 Milliarden anderes alter Kopfbedeckung Oberteile Kann ich mal alle jetzt drauf klatschen Super Äh Hier haben wir noch dich Habe ich dich über den Schütteln Ne habe ich nicht Ach Wirst du mein Zeug So klack So jetzt du Hat die Wacht versiegelte Noziz im Inneren der Wildschule gefunden Lass mich mal sehen Diese Nachricht wurde mit unsichtbaren Sinti geschrieben Sie kann erst mit etwas Drachenblut gelesen werden Ich habe zufällig kein Drachenblut mehr Könnt ihr mir helfen damit etwas Blut zu bekommen Mal sehen Das Blut eines Hartschalenkraftdrachen würde auch reichen Und dann die tue sie hier noch Vielen Dank dafür Geben nicht auf Wir schaffen das wieder Jeder ist ein Schrauber Hiiii Hiiii Ich bin so witzig Okay Blut eines Hartschalenkraftdrachen Bla 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 Machen wir auch noch schnell Uh Sorry süßer Muss da mal ran Durch 3 So viel gibt dir nicht Blut für 50 Trilliarden Briefe Ne Da musst du 5 von töten Hat er nicht 10.000 Liter Blut in seinem Inneren Lass uns gleich die ganze Herde umbringen Für eine Ach scheiße Hab ich gleich bekommen Jo geil Ich habe jetzt überlegt ob ich hier angreife noch aber Anscheinend hat es gereicht Na hallo renn doch mal Du sollst rennen Ah na also So Lass mich söhnen Ja das sollte gehen Vor allem Ich muss hier ankommen mit so'n Mit so'n 10 Liter fast voller Blut So Ja das sollte gerade so reichen dafür Er sagt dass ich einen schwarzgeleiter der Schatzkurier jeden Tag mit Banditenboss in der Banditenölle trifft Vielleicht bekommen wir ja aus ihm etwas heraus Bitte finde den Schatzkurier hier Und du such ihn nach dem Dokument The Elder Dragons be with you Na dann killen wir den Schax mal noch schnell Die Quest ziehen ziemlich einfach und geben uns eine gute Menge XP gerade das gefällt mir sehr Geronimo Wuuuuu Wuuuuu Und oder so Du hast nichts gesehen Gleich doch So Ein Ein ganzes Lager voller schwerbewaffne unserer Männer die bestimmt eine Militärausbildung hatten Und Eine Frau kommt und ist allein Meine Güte das war ein schrecklicher Plan Was für ein schrecklicher Plan Alter, jetzt guck mal, wie behindert sie sind, die können nichts. Entschuldigung, ich wusste den Kerl mal. Diese Shucks haben fünf Bomben auf und unter der Samo-Wasserbrücke platzieren. Sie könnten die Pajan-Brücke jederzeit in die Luft jagen. Ich hole jemanden, der die fünf Bomben in der Brücke findet. Eilt und entfernt die fünf Bomben, die sich unter der Brücke befinden. Lasst euch nicht erwischen, sonst können die Bomben zünden. Weil ich hole jemanden. Nächste Aufgabe, mach du das. Spaß, äh. Hässlicher Blondie. Ja, ich bin Blond, ich habe eine Armee und, äh, du machst das jetzt. Spaß. KI-Charaktere sind dafür bekannt, einfach dumme Sprüche und Masken von sich zu geben. Na dann. Wir sind doch bestimmt hier, oder? Na, du Scheiße. Na, klasse. Das würde das jetzt auch noch. Obwohl, ich könnte theoretisch das im Flug machen, oder? Das war schon mal eine Bombe. So war das nicht geplant. Zweite Bombe. So Jungs, alles cool Hier liegen noch ein paar Wunden Hier liegen noch ein paar Wunden Hier liegen Ja klar, hier liegt eine Bombe Warum nicht Im Wasser haben Ist in Bomben besonders effektiv, habe ich gehört Na gut, ähm, jetzt muss ich irgendwie rauskommen, damit ich meinen Drachen aktivieren kann So Jetzt bin ich glücklich, Dame Jetzt hier noch eine Hundertprozentig hier irgendwo Ach, ich sehe schon wo Und ich kann mich schon denken wo Klack und da haben wir noch eine Diese hinterhältigen kleinen Chucks Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wie groß sie sind, aber Sie sind bestimmt so kleine hässliche Nein, ich bin mir echt ziemlich sicher wie groß sie sind Ich habe ja schon gegen die gekämpft, aber egal Und da ist noch einer So Wir haben auch diese Quest wieder erfüllt Und bringen sie zurück zum Herrn Ja, die Chucks sind böse So nennt er sich übrigens Ja, die Chucks sind böse Äh, Quest Ist ein schrecklicher Plan angenommen So schrecklich ist das auch nicht Einfach die Brücke in die Luft jagen Man kann ja vorher eine Warnung aufstellen So, bitte Brücke heute nicht betreten Sie könnten sterben Das nehmen wir gleich mal mit Keine Ahnung, wofür wir die alle brauchen, aber Irgendwas wäre schon gut sein Das ist das richtige Lager hier? Ja, wo bin ich denn? Ah, das ist bei diesem Lager Ah, ja Sorry Jungs, deiner Fail von mir Bin schon weg Habt ihr sie eigentlich entfernt? Sehr gut Diese Chucks stiften kalkulierte Unruhe Banditenbos Sifoda ist nur ein Lakai Die Chucks waren etwas ganz Schlimmes Aber im Moment wissen wir nicht, wo sie sich verstecken Wir können sie nur warnen Machen wir es so Ihr geht und tötet Banditenbos Sifoda Ich bin mir sicher, dass die Chucks dann etwas unternehmen werden Machen wir es so Du tötest, Typ, oder? Ich guck dir zu dabei Spaß Ich mag den nicht Ich mag den nicht Danach machen wir es bei der Aufnahmepause Denn ich muss noch gleich wieder auf Arbeit Ähm, ich hab gerade in der Arbeitspause habe ich gerade mich mal hingesetzt Ein Diepenbos Sifoda Der helst dich aussehen da bestimmt Juuuuhuuu Job doch bitte So, komm her So, komm her Wuhu Na komm her Na komm her Was für ein Typ, ey Der fährt doch nicht um, ne Uuuuuh Verpasst, war klar Sehr schön So, da wollen wir mal Und sollen wir die Belohnung abholen dafür Die Chucks haben wirklich etwas in einem Das hat mir mein Agent berichtet Ähm Können wir die nicht mal anziehen? Die wegschmeißen Oh, und jetzt kommen wir hier Mölte Wildschlag vorhaben, aber auch kein Schwein Mach's schnell So, diese Chucks waren alle seltenen Materialien auf einmal zu verschiffen In eine Luftschiffe zu bauen, um die Stadt von Arboranern zu greifen Kein Wunder, dass sie so viel Material benötigen Wir dürfen das nicht zulassen Die Chucks werden sich Auf der Stemmlerform in der nützlichen Regierung von Pausing versammeln Bevor sie das Luftschiff bordern 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 Geht und haltet sie auf Wir werden Versteckung schicken Na gut, aber das machen wir beim Mistmaß Denn diesmal sage ich erstmal Tschüss Bis zum nächsten Mal Wir sehen uns dann Wir haben ordentlich Quests jetzt gemacht Wir können mal ganz gut gucken Äh Was haben wir denn in der Kugel mittlerweile? Wir haben Tausend Erfahrungen bekommen Wenn wir diese Kugel ausrüstet werden 100% Kampf XP zur Gesamtmenge von Ach nur die Kampf XP werden Achso, okay Wir müssten also komplett kämpfen Na gut Aber wir haben auf jeden Fall trotzdem schon mal ein halbes Level geschafft Bis zum nächsten Mal liebe Freunde Bis zum nächsten Mal wieder meine lieben Freunde Und bis dahin Adios Unabaritachi Tschüss 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 Tschüss